Grüßle! Hallo! Hi! Hi! Christoph ist deutscher Timberprofi. Genau, ich bin unter den Top Ten der Deutschen im Moment. Und schauen wir mal, ob man das dieses Jahr wieder festigen kann. Also, weil wir brauchen ja zumindest einen, der uns ein bisschen sagt, was wir zu tun haben. Obwohl wir ja natürlich alles selber probieren. Kein Kommentar. Gut von der Stille. Einmal ride Lumberjack, die zweite. Wir sind zu langsam eigentlich. Irgendwie auch zu schwach. Aber ich freu mich grad, denen zuzuschauen. Hier ist es. Summertime. Das geht's. Das war jetzt der Hammer. Das war genial. Also, ich weiß nicht, das war der Million Dollar Start. Wir können gehen. Dreh Tag zwei, Dreh Tag zwei. Ja, wir werden von Set zu Set wärmer. Das freut mich. Ich muss jetzt hier sofort mal das Ding probieren. Servus. Muss ich noch ein bisschen überschalten. Da in die Kurve? Das ist irgendwie fies. Ich trau mich nicht. Okay, dann geht's los. Die Drohne startet. Ja, erklär das mal. Wie konnte das passieren, dass du jetzt unerwarteter Weise gewinnst? Ich musste nur die Hälfte meines Potenzials ausschöpfen. Du willst sagen, du hast nur 50 Prozent gegeben und hast trotzdem mit 150 Prozent Vorsprung gewonnen? Das ist egal, das Ergebnis zu. Gewinne sprechen so. Der Regisseur sagt, Match beginn 16 Uhr. Ach 15. Wo versch es denn? Muss ich hin? 8 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nein! Ich glaube wir haben gewonnen. Minus 1 zu 0.